Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge der Geisterjahreger. Einen Freund haben wir gefeilt. Fehlen noch zwei, glaube ich. Das sind die Eltern, die abgehauen sind. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich lasse dich nicht im Stich. Aua! Na dann hinterher! Gut, dass sie immer nur im Kreis rennen, das heißt man meist relativ vor sie... Ah, hinterher! Was hin? Da hinten ist er! Oh nein, kommt jetzt noch einer oder was? Jetzt habe ich es gar nicht mit zwei zu tun! Zwei Funke Mariechen, na toll! Noch einer? Oh oh! Oh oh! Aaaaah! Oh! Oh! Ich muss dran denken, dass sie nicht sie selbst ist! Es ist fies mit zwei! Oh oh! Oh oh! Ich sollte Superfarbe einsetzen, wenn ich kann! Oh oh! Hinterher! Ich kann dir helfen! Halt nur still! Au! Oh! Ich weiß, du meinst das nicht so! Superfarbe! Du bist meinst! Sehr gut! Oh, oh, oh. Ah Ich werde dir nicht wehtun Ganz ruhig, ganz ruhig, mein Kleiner Link an Gelb Sonne Sonnenblumen E.ON Post Äh, was ist denn noch gelb? Pippi Strohhüte Okay Langsam Cornflakes Hehehe Ganz ruhig Aber wie schön die mit Farbe aussehen Alles wieder gut So, jetzt der andere Oh Nur nicht zu schnell Hehehe Ganz ruhig Mir fallen keine gelben Sachen mehr ein Aber trotzdem, ganz ruhig Halt euch was gelbes ein Bleib einfach da Zitronen, jawoll, Zitronen, danke Okay Obst Gelbes Obst Und Gemüse Paprika Bananen Ein Tag ohne Bananen ist ein verlorener Tag Ein Tag ohne Sonne Zitronen 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 Wahrscheinlich muss ich nochmal in die Kanalisation dann Jetzt bist du wieder hin Oder? Der eine hat gerne ein Flämmchen Dann kriegst du ein Flämmchen Du hättest gern ein Bäumchen Das hört sich an wie der Sound von Stranger Things Oh, das ist aber schon ganz schön voll da. Na gut. Und ein Pilzchen. Zufrieden, ne? So, der hätte gern noch so einen. Und Gras. Na dann zeigt mir euer Zauberwerk. Jamie! Seid ihr okay? Ja, glaub schon. Was zum Teufel ist denn passiert? Es war ich, oder nicht? Ich habe ihn gesehen. Ja, er hat euch gerettet. Wie? Und warum? Warum? Er ist der einzige, der diese Dinger bekämpfen kann. Mit seinem Pinsel. Aber warum? Warum? Weil ich es gesehen habe. Geschrei, Streit. Eltern, die sich trennen. Sogar ein Vater im Gefängnis. Mir ist klar geworden, dass es bei dem, was ihr mir angetan habt, nicht um mich ging. Es ging nie um mich. Na ja, ihr wolltet wissen, warum. Und das ist der Grund. Ash! Alter! Ich... Was... Was soll ich sagen? Tu... Tut mir echt leid. Es tut uns allen leid. Ja, fehlt nur noch eine. Auch in ihrer Kanalisation, ne? In den Kanälen sind noch mehr meiner Freunde. Da muss ich jetzt hin. Und warum genau erzählst du uns das? Wenn Beatrice auch dort unten ist, brauche ich Hilfe, um sie zu befreien. Was sollen wir denn tun? Du bist der mit dem Pinsel. Lass das! Oh, jetzt stehen wir wahrscheinlich drei gegenüber. Zwei war schon ein bisschen hektisch. Nur eng wird's jetzt auch. Trophäe halten, das Richtige tun. Ja, eng wird's in der Kanalisation. Mit den ganzen Genies und meinen neuen Freunden. Und schnell rumflitzen ist dann da auch nicht. Schauen wir mal. Du wirst wieder gesund. Okay, nehm... ... click, schön sagt's. Oh, und hinterher, hinterher. Oha, das Gefängnis. Wir helfen dir. Damit schaffe ich es. Oh nein, da kommt noch einer. Das habe ich befürchtet. Oh, da waren wir noch gar nichts. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Superfuckers, okay? Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Ich sollte Superfarber einsetzen, wenn ich kann. Ah. 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 Oh! Hef, der Krabbel dort ist! Oh! 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 The topablers are dead! Oh! Oh, 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 oh. Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Oh man, das gefällt ihm gar nicht! Du bist ein bisschen peinlich! Er steckt richtig fest! So, blau, blauer Himmel, blaue Blumen, Wasser, Meer, Wassertiere Ich habe jetzt nur keine Angst. Okay, schön langsam. Was ist noch blauer? Ich werde dir nicht wehtun. Siehst du, so gut wie nein. Oh Mann, das gefällt ihm gar nicht. Genau, blaue Bären. Bleib einfach da. Dein Wäschekorf, ja okay. Nur nicht zu schnell. Ich überlege gerade, so viele blaue Tiere gibt es auch gar nicht. Fische vielleicht. Vögel. Spinnen und so ein paar Insekten vielleicht. Blau. Das ist eher eine seltenere Farbe. Okay. Schön langsam. Blaublutigkeit. War früher auch eine seltene Farbe, deswegen wollten wir das ja nur für Könige tragen. Schmetterlinge, genau. Genau. Ich werde dir nicht wehtun. Trinker, ja die sind blau, aber mehr so im Herzen. Seien sie am Blue Kursau getrunken oder Kursai oder so. Das ist ja auch blau. seltene. Ich muss das noch nicht. Ich hätte es gemacht. Ich habe es geschafft. Komm schon. Aber mit mir ist es noch etwas. Komm schon. Eine halbe Meter. Ja... Sei mal einen Freund. Es wird aber hier gefordert. Boah, gut, dass ich da noch nicht so viel hingemalt hab, ne? So, was ist das alles, das ist alles hier von dem? Oha. Nein! Vorsicht! Es ist wieder da! Es hat Ash! Komm schon, helf mir! Allein schaff ich das nicht! Zieh! Nein! Nein, der Rucksack! Oh man, sie steckt da immer noch drin fest! Wie sollen wir sie da bloß rauskriegen? Kannst du sie da rausholen? Nein! Ohne mein Skizzenbuch kann ich gar nicht malen! Und ohne diese Djinns! Mach ein neues! Neue Skizzen! Neue Djinns! Wow! Kamehameha! Ed! Ed! Froggie! Warum denn die anderen dich überhaupt froggie? Weil ich Frösche mag! Ah! Du kannst sie zeigen, wie mein Mann mag! Nein, er legt gerne Frösche! Nun.. Ich bin mir bei ihm ein... Ich bin zufrieden! Ich bin zufrieden! Du kannst es dir in den Knopf? Ich bin zufrieden! Ich bin zufrieden! Sie sind zufrieden! Das istenswert! Ich bin zufrieden! Es ist zufrieden! Wer Ganze passiert! Ich bin zufrieden! Ich bin zufrieden! Wir sind zufrieden! Was ist die Alte? Und die drei? Wenn wir jetzt weggehen, wird die Finsternis hierher zurückkommen. Und Denzka wird niemals wieder schön sein. Das kann ich nicht zulassen. Ich hab's versprochen. Wem denn? Sie ist... nicht mehr hier. Aber das ändert überhaupt nichts. Ich werde zum Leuchtturm zurückgehen. Okay, ich hab's versprochen. Trophäe erhalten. Dann auf zum Leuchtturm. Um das Fliegevieh aufzuhalten. Ja, harter Kampf. Das war jetzt eben echt knapp zwischendurch. Ja, ne? Da muss man schon raus haben, was man zu tun hat. Jetzt kommen auch so viele Fähigkeiten neu dazu, dass es ein bisschen unübersichtlich wird. So, auf einen Schlag ist schon ein bisschen viel. Oh. 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 Oh, oh. Sieht nicht gut aus. Alle meine Malereien. Triniert. Oh Mann. Was ist mit dem Leuchtturm passiert? Oh. Das ist nicht so nett. Wie kommen wir da hin? Wie soll ich denn da rüber... Neuland, Ratte! Willst du mit? Na. Gut, dass man Freunde hat. Die sollen einem auch mal helfen. Hilfe geben und annehmen. coordination von Menschen. Ja. Wasser. Was ist mit dem U.